Yo Leute, herzlich willkommen zu diesem kurzen Info-Video oder Update-Video, wie auch immer. Äh, ja. Heute sollte eigentlich schon ein Video kommen, bzw. kam schon. Ich habe ein bisschen Battles gespielt, war so geil, ich habe einmal vierfach Kill gemacht, wir haben zwei von drei Runden gewonnen. Problem ist, Magix hat einfach nur schwarz Bild aufgenommen. Hier haben wir jetzt übrigens auch einen Schadraum. Ja, Magix hat einfach nur schwarzes Bild ausgegeben, außer Intro und Outro, also danke Magix, und, ja, wollte ich euch jetzt nur einfach mal Bescheid geben. Ähm, dann gibt's morgen halt noch die Veröffentlichung vom Stream, den wir gemacht haben. Und jetzt zeige ich euch noch kurz, was hier in der Basel vor sich geht, aktuell in der Weizenfarm. Hier wollen wir immer weiter aus, mit den Farmen haben wir dabei schon ein bisschen was ausgegeben, also läuft ganz gut da. Und wir sind aktuell dabei, hier Bahn aufzubauen und eine Zugstrecke bis hin zum Dorf. Ja, okay. Und wie das dann ausgeht mit der Strecke, das seht ihr dann im nächsten Restyle-Video.